So, wir gucken uns jetzt die WIND-Compilation aus dem November 2021 ein, äh ein, nein, an. Und ich hoffe, es ist laut genug, aber ich glaube ja. Bisschen lauter geht es. Das ist gut, oder? Liebe, Mila, happy birthday to you. Kerze auspusten, kann der Hund? Witzig. Witzig. Kann einer meiner Mods fix das Game anpassen? Visualiserweise. Was ist das davor? Oh, krass. Sie sieht einfach aus wie eine Heilige. Hi. Wow, sie ist heilig. Das ist doch nicht zum ersten Mal passiert. Das war so gekonnt. Okay, daran hätte ich richtig viel Spaß gehabt, das ist cool. Danke sehr, wie gut die Mühe. Das ist eine Fliederhaus. Oh mein Gott, Hunde sind so süß. Oh mein Gott. 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 Das ist das krasse Haus, oder? Es ist der 19th Oktober. Wer ist erst? Oh, die Tür ist nicht öffnet. Wir haben Rodney in der Hand. Wir haben eine Stuckdorhe. Wir haben Graham. Wir haben... Wir haben... Wir haben alle raus. Oh, es ist zu viele jetzt. Ich habe noch... Gaudi. Ich habe... Hier kommt Caroline's. Giggle. Giggle. Ach du Schöne. What the heck? So kann man doch nicht spielen. Let me just single note it. Danke, Kiebeck. Was tut er? Now came the moment of truth. Was? Okay. 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 Fussballfans! Manchmal sehr lustig. Allein für sowas würde ich ins Fußballstadion gehen. Ob die das eineinhalb Stunden durchziehen? I don't know! Ach, der Gitarrenspieler hatte 20 Handschuhe an. Okay, das habe ich irgendwie nicht überrissen. Ich habe es nicht gelesen. Okay, wie gesagt, wie der Videotitel gesagt hat, ich denke, ein Schraub mit keinen Schlotten ist meine nächste große Sache. Wait. Du siehst das ja überhaupt nicht. Wie cool. Ich bin begeistert. Und solche Menschen finde ich unheimlich. Wie um alles in der Welt geht das? Das ist nicht okay. Das sieht irgendwie eklig aus. Ich weiß nicht wieso. Das ist sehr cute. Gott. Krass. High five. Bang. No way! Wie viele Menschen hat er tätowiert? Mit diesem absolut scheußlichen Tattoo. Das sieht sehr ungesund aus. Das sieht... Kannst du aufhören? Nein. Also, das... Nee, komm. Es gibt so Sachen, die will ich nicht sehen. Das ist... Also, nee, es gibt Sachen, die will ich gar nicht sehen. Na, eh, Zweck. Verrano looking for her. Marcinkowski gets her. Oh, he spilled it! A bicycle from Espion! Okay. Oh, mein Gott. That's crazy. Both sides do that. Oh! Let it back down. And at the time, it cost me $5,500. I don't tell what it cost now. Das ist krass. Hey, damn. Scheiße. Kann man natürlich so machen. Dann muss man sich nicht kurz noch irgendwie, ne? Aber er muss eh hoch. Und die... Schön, schön, schön akkurat. Oh, es kämpft jetzt aber schon, ne? Ich muss ihn nochmal hoch und den Quarken von der Glühbirne lösen. Das war verklebt. Bei der Drohne. Wer hat denn da so reingetreut? Wer dachte sich... Du, 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 du... Finde ich gut. Con a passion tan fuerte... Interestingly enough, it actually turns quite nicely. I was worried that it'd be reluctant to turn with there being three wheels on either side. Wo ist mein Bonusclip? Der Bonusclip war's nicht. Der war's nicht. Nein. Ich, nein. Der war's wirklich nicht. Aber, äh, ja. Ja, war okay, würde ich sagen. Bekommt ein Okay.